Yo Leute, was geht ab? Ich bin gerade hier in meinem Livestream und nämlich hier gibt es jetzt Battle Pass Item Shop. Hier seht ihr die Spitzhacke, das Backpack und ein Basketball. Ein Red Line gibt es in Battle Pass. You're awesome. Sieht so aus, man. Ein Golfer. Cool pass. Cool party. Oh mein Gott. Sieht so episch aus, Leute. Oh mein Gott. So episch, Leute. Und was ist dann das, du findest? Ragnarok! Toy Ball. Sehr interessant. Was gibt es denn beim Item Shop? Immer dasselbe. Okay. So Leute, dann schaut bei meinem Livestream auf. Das war das Bit Pass Item Shop und ja.